hallo meine lieben freunde meines kanals ja heute gucken wir uns mal etwas an was 1976 passiert ist und zwar auf dem mars vielleicht wisst ihr das damals sind zwei sonden auf dem mars gelandet viking 1 und viking 2 diese beiden sonden hatten ein labor mit dabei dieses labor sollte untersuchen auf der marsoberfläche ob es dort leben gibt dazu waren die sonden ausgerüstet mit einem greifarm und einer schaufel dann wurde marsboden der dort existiert hat mit der schaufel in diesem probenbehälter gefüllt und dann hat man kohlendioxid kohlenmonoxid und alles was man davon ausgegangen ist dass das wichtig ist für das leben auf der erde in diesen probenbehälter mit rein und dann hat man gewartet und hat geguckt was passiert denn da und erstaunlicherweise waren die ersten ergebnisse positiv das heißt also man hat etwas gemessen was darauf hindeutet dass dort stoffwechsel stattfindet so das war das erste ergebnis was man erzielt hat dann weil man natürlich einen gegentest machen musste also man hat gesagt okay jetzt haben wir ein ergebnis das deutet darauf hin dass es dort leben gibt jetzt müssen wir aber auch mal gucken was passiert denn jetzt eigentlich wenn wir das den behälter extrem erhitzen also man hat also gesagt okay jetzt haben wir ein ergebnis mit stoffwechselprodukten jetzt erhitzen wir das ganze über einen bestimmten bereich hinaus und dann können wir ja gucken da müsst ihr eigentlich diese stoffwechselprodukte weg sein oder nicht mehr in diesem maße vorhanden sein wie das vielleicht unter bestimmten temperaturen dann der fall ist also hat man den behälter erhitzt und was man dann festgestellt hat ist dass das ergebnis immer noch das gleiche war man hatte immer noch stoffwechselprodukte und dann hat man gesagt naja also wenn das jetzt so ist und wir diesen behälter extrem erhitzen dann und wir dann trotzdem noch diese diese chemischen bestandteile messen können dann muss das wohl eher ein chemisches ein ablauf sein der dort stattfindet und kein hinweis auf leben dann wurde das ganze eben haken drunter und abgestempelt als chemische reaktion und nicht als hinweis für leben gewertet und es gibt immer wieder diskussionen also es gab damals schon riesen diskussionen ja warum habt ihr das erhitzt warum hättet ihr doch noch gewartet hättet ihr doch das eine oder das andere gemacht ja weil eben die vermutung war man vielleicht hat man ja tatsächlich leben entdeckt auf dem mars und das erste was man gemacht hat man hat erhitzt also im übrigen hat sich das leider nicht reproduzieren lassen das ganze und das hat dann auch dazu geführt dass der gedanke hängen geblieben ist wahrscheinlich hätte man dort vielleicht tatsächlich leben gefunden oder man hat leben gefunden und hat es getötet sozusagen jetzt gibt es auch wieder einige artikel zu diesem thema oder ein artikel der eben genau diese thematik beschreibt und den ansatz hat dass diese bakterien oder diese mikroorganismen die auf dem mars existieren ja vielleicht ja eine ganz besondere physiologie hatten das heißt dass die der chemische ablauf für diese mikroorganismen ein komplett anderer ist als auf der erde denn auf dem mars gibt es nachweislich sehr sehr wenig wasser in der atmosphäre und sehr sehr wenig wasser an der oberfläche sei es also ein stoffwechsel der darauf basiert dass er vielleicht auch wasser braucht bräuchte moleküle in sich selber die wasser binden und das ginge durchaus mit bestimmten molekül zusammensetzungen das heißt also die neue idee ist jetzt zu diesem thema man hat diese bakterien ertränkt weil man natürlich auch bei diesem probenbehälter wasser mit hinzugefügt hat und wenn du ein wenn du einen mikroorganismus oder generell ein organismus nimmst der sehr wenig wasser braucht um zu existieren und dem dann wasser gibst dann platzt der das heißt also da gibt es dann tatsächlich abläufe die dazu führen dass diese extremophilen als aus unserer sicht diese dieses wasser gar nicht überlebt haben das heißt also man hat hier etwas gemacht was die was die die idee von mikroorganismen auf dem mars welche denn dort überhaupt existieren können ja also die die diese mikroorganismen mit dieser art des tests eigentlich getötet hat aber noch mal das was man damals getan hat war ihn mit der idee zu sagen was muss denn wie ist das leben auf der erde und wir suchen auf dem mars nach leben wie es auf der erde ist also hier noch mal zusammengefasst ist erzeugte zunächst positives ergebnis nach dem erhitzen über 120 grad gab es allerdings immer noch anzeigen von stoffwechselprodukten dann hat man daraus geschlossen dass das eine chemische reaktion war und kein leben und das steht auch also man hat ja bis dato auch mit den neuen rober noch keinen einzigen hinweis gefunden dass es dort irgendwie mikroorganismen gibt die rover die momentan auf dem mars sind sind allerdings auch nicht in der lage das zu machen was die viking sonden konnten jetzt kann man natürlich fragen warum ist das dann mit dabei ja das ist eine gute frage wahrscheinlich und das ist die höchste wahrscheinlichkeit geht man eben auch davon aus dass es auf dem mars zumindest an der oberfläche gar kein leben geben kann bezüglich dieser extremen chemischen zusammensetzung da gibt es extrem aggressive salze die jedes leben so wie wir es kennen sofort töten also du kannst auf maß keine bakterien züchten so gerne du das auch machen würdest die der mars boden ist bis zu einer bestimmten tiefe absolut steril durch die salze die dort an der oberfläche existieren das heißt also ja man hat sich entschieden man sucht nach hinweisen ob es dort mal leben gab das können die rover können auch ganz tolle aufnahmen von gestein machen und es werden auch proben gesammelt die dann zur erde zurückkommen weil das natürlich wesentlich einfacher ist das dann dort zu untersuchen das heißt also diese geschichte die unter anderem hier erzählt wird bezüglich der viking sonden der möglichkeit dass damals leben gefunden wurde ist immer wieder schön weil man ja wenn man es genau nimmt ja auch nicht hundertprozentig sagen kann was damals passiert ist aber aufgrund des wissens welches wir mittlerweile über den mars haben bestätigt sich eher die these dass damals tatsächlich eine chemische reaktion führt den für die fehlmessung vorhanden war oder für die messung generell und nicht etwa stoffwechselprodukte von mikroorganismen das heißt also man hat hier wahrscheinlich mit sehr hoher wahrscheinlich kein leben getötet sondern man hat einfach etwas gemessen was aufgrund der chemischen reaktion in diesem behälter abgelaufen ist ohne das zutun von leben wir werden sehen wie das weitergeht und wir werden sehen ob wir irgendwann mal auf dem mars leben finden die viking sonden damals haben das zumindest anscheinend nicht getan meine lieben ich wünsche euch eine schöne zeit bis zum nächsten mal tschüss so 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 so